moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play terraria ja heute geht es noch mal in den dschungel mit den flügeln ja egal hilft nichts drüber weiter zu weinen es geht auf jeden fall noch mal in den dschungel noch mal ein bisschen gucken vielleicht haben wir ein bisschen glück finden was schönes und ja wunderhübsche flügel und wir gehen noch mal in den dschungel und ja jetzt lass ich mich von diesen hässlichen oder diesen naja nicht unbedingt hässlich aber es passt einfach nicht zu dem charakter diese schmetterlingsflügel naja egal ich lass mich hier von ablenken und dann guck ich mal vielleicht finde ich noch ein paar na hier genau die dinger da dessen name mir grad nicht einfällt lebensfrüchte oder live fruits wie auch immer warum mache ich diese hübs geschichte ich habe doch flügel kann doch einfach mal ein stück fliegen das kommt davon wenn man ich will nicht sagen jahrelang aber ewig lang ohne ausgekommen ist ja und da sind schon wieder die schildkröten die ich so hasse irgendwie habe ich die ganze zeit das gefühl dass das mikrofon zu nah an meinem bad dran ist ist es aber nicht placebo soll wir auch nochmal für das end sooo schauen wir hier watsch oh rutschtitan äh oder? doch perfekt nehmen wir mit jetzt können wir uns hier schon die ganze Rutsche raus basteln äh oder? doch so so meine herrn ja das ist ja auch wo wir mal so ja was ist ja aber so ich glaube das ist ja besser aber auch das ist ja also ich glaube dass die Orichale kommen wir halt deswegen zu äh mitte da ist noch ein riesen Vieh hier so kommt Geld einsam weg oder? so so komm ja komm da runter genau nicht Regenwurz mann ich fängt die fest hier so so gehts doch so wie kommt sie Shoo out so wird ein Shoo draus ja ja gut weiter gehts haben wir überhaupt die Taschen ja weit es geht so So, da waren wir schon, hier war ich einmal schon, mit vollem Tasten, und zwar da unten. Jetzt müssen wir so, ich glaube hier, oder, oder haben wir das hier schon weggeräumt, aber ich glaube, den Raum haben wir noch nicht weggeräumt, oder, mal klicken, da können wir mal so Licht machen, was ist da denn hier, so schau, ja, das Bus hier geht schon auch nicht weiter, na gut, gucken wir jetzt, erkundigen wir uns da, äh, erkunden, wir uns das mal, wir uns, genau, erkunden wir das mal, wollte ich sagen. Ne, das, kann man das einsam in diesem Fahrrad? Nö, das ist ein Mikro. Ah, tief. Also, weg ist von selten. Oh, Tomenratrat, das ist mit mir, das ist ein Mikro. Wie auch immer, das auch noch kommt. Juuuut. Ich glaube, ja genau, ich kann hier immer noch an die Wand. Den zackern. So, Rudi. Gut, schauen wir mal hier nach unten. Ne. Das ist keine... ...getarnte Lebensfrucht. Wie auch immer, die Übersetzung gerade so. Äh, nicht. Auch nicht. So. Ja, du auch. Schön. Äh, wie jetzt mit dem? Ja. Ja. Wo war jetzt dieser... Dingens Kirchen? Da, wahrscheinlich. So, kurz auftauchen. Mal gucken. Ob wir das doch nochmal wiederfinden müssen. Äh, ja. Irgendwie, keine Ahnung. Na, wir waren da schon. Da. Zorn. Ah so, nee. Ah, ja. Ah, ja. Interessant. Zorn. Zorn. Hm, mal durchgucken mal. Latine. gut dann haben wir den raum vielleicht doch schon na egal weiter geht's gucken vielleicht bei ein baum in der Nähe von Prospect Stardust und wir leben in Scrooge ich habe das schon 10 mal meine herren wo da ist mir jemand gestorben aber wir müssen gerade mehr steht ein schönes drauf Chris wurde ermordet so ahja meine alle es ist wieder schön voll ahja da dürfen wir keine da aber und daneben war was war da denn wütend geschenk der Natur wütend ach so was kann das und links pro zent reduziert den Mann an der Zungen ja da kann man sich mal mehr kennen aber ich habe das schon eher gewollt in der Karte dabei so nehmen wir mal die wieder da da ist ein Bäuschen schön Bäuschen ja gut ja da ist immer noch nichts so und weiter geht's so weiter geht's so mal gucken mal gucken was wir hier so können denn das muss der tungsten sein also Wolfram ja wie auch immer und da geht's irgendwie weiter schön wenn wir gebrauchen dann können wir gleich unsere erste Stallkonstruktion äh Quatsch hier Kabel geschichte bauen so dahin gut dann geht's weiter dann geht's auch weiter dann geht's auch weiter hm 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 ich bin mal lang bullel ich mich hier durch ich gehe mal zurück ah achso schon muss ich wieder holen ja kommt vor ich kann mich jetzt da noch mal rein ja genau so weit dazu äh so 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 nein ja auch nicht gut ja auch 106 Schaden klar springt uns die Shakerote an ja nun komm mach hin es ist Nacht aber keine Blutmundnacht naja gut ähm ja Kabelcutter Herzstatue auch auch und Kabel und Kabel ja gut nehmen wir eine braune mit das reicht schon wir wollen ja hier eine Halle bauen sollen wir einfach nur dieses Herzdingens ausnutzen doch doch so heißt das nicht so äh auch wie prüft sich es leuchtet ja gut ja gleich so ein ja komm dann hauen wir den erstmal kaputt ja 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 dann ist es halt so gut gut komm ja egal äh 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 weg so 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 wo pack ich das denn mal rein ja so jetzt mach ich so wo pack ich das denn mal rein ja schönen banner haben wir gefunden aber das ding noch nicht die selbe drop rate wie die riesen habe jeder das angeblich so normal hier und hier und das war glaube ich so war ich das schon natürlich nicht immer noch nicht so acht so jetzt muss es aber hinhauen und dann gehen wir noch mal kurz woher ja und 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 man kann schön hier ja die richtige Effekte sind dann halt ein bisschen leicht verpackt so gerade die Gelegenheit nutzen ein bisschen was zu trinken deswegen ne weniger am Sammeln gerade und überhaupt spiel mit einer Hand weil die andere Hand ist mit Kaffeetasse halten so machen wir weiter oh das ist das ist dieses na wie auch immer ja ich weiß jetzt nicht wie es gerade heißt fällt mir auch nicht ein ist aber auch nicht auf zu stehen oh genug Auer hier ja und noch mehr Auer gut viertel schnell ach so Material ja ich glaube daraus können wir dann so eine coole Rüstung bauen die aber naja wir gucken wir mal das ist aber auch so eine Nahkampf-Russi soo 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 war es hier ne ok hier waren wir auch schon hier wir glaube ich hier haben wir uns gefunden ein 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 das ist nicht nur ein und da sieht er einfach aus ja gut wir nehmen ein Stein ja ein Green Mushroom das ist ja auch der Mauchweil der Mauchweil der Mauchweil der Mauchweil der Mauchweil ja ein Violet Husk okay ah ja so gutti da sind wir einmal gestorben gleich mitnehmen wir sind irgendwo irgendwo gestorben ja 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 Dorn nackt ist interessiert, es gibt Schlimmeres, wie zum Beispiel zwei Bienen die uns beschießen, aber die haben wir dann mal kurz stehen gelassen. So, ich suche die Stelle, wo ich das eine oder andere Stoffe bin. Na gut, schauen wir mal hier, was hier ist. Gut, ja dann, komm. Nehmen wir das auch mal mit, weil wir das können. Start ihn. Jo. Na, können wir das erkennen, da sind wir. Chlorophyt. Haaa. Wie man voll aufgesprochen wird. Das ist dann eh irgendwann eine ganz... ganz gute Übersetzung, wollte ich sagen. Weil die ist etwa so nackt, 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 oder selbstensdeutsche. Aber ja, ich sag mal holprig. Das. Und auch Chlorophyt. Oh, wird ein wenig herkommen. Aber das muss ich ja nicht abbauen können. Ja. Ne? Ah ja. Vielleicht noch ein paar Bomben weg. Nein. Gut. Na, danke. Nein, gar nicht gehen. Vielleicht wollen wir zusammen. Da hab ich noch mal nachgeschaut. Aber, naja. Komm mal. So, weiter geht's. Komm. Ja, klar. Die Maschinen. Was ihr seht, das war auch. So, weiter geht's. Oh Mann. Oh Mann. Da ist Dingens. Müsste auch Platin sein. Oh Mann. Da ist Dingens. Müsste auch Platin sein. Ach Mann. Fu. Um. Das ist Platinium. Oder das ist ein Platin. Das ist ein paar Kölfer da. Hier sind wir, was wir hier in den Ohren können, können wir noch mal mitmühen. So, hallo? Oh, die Neubau, die Neubau, ich bin hier. Vielleicht checken die Kontrollen, weil die Neubau. Die Neubau, verschicken. weiter geht hier alle her hier